so leute unser erstes minecraft multiplayer let's play ich bin yoshi und mit dabei sind der tobit das bin ich mit dem bibloscan ingame der tobit ja hallo ich hier der tobi und ich bin kasten der europäer aus wir spielen hartkommod das heißt wir generieren kein leben deswegen war das gar schon mal eine wunderbare aktion wir können uns nur heilen mit instant heal tränken und golden äpfel die man aus goldwaren macht statt goldnuggets ja und das ziel ist es den ender dragon zu tönen was relativ schwierig aber wirklich der beste so damit haben wir jetzt direkt alle am anfang holz ja solange es noch tag ist hier haben wir auch die schönen bäume dann mal gucken mit äpfeln und so ne genau hier ist voll die geile plattform wo wir ein haus drauf bauen können aber ohne keller und so das ist aber scheiße dann hier ist ein riss hier ist ein riss wir haben direkt ein riss gefunden da sollten wir auf jeden fall da in der nähe bleiben ja okay wir sollten mal da im dschungel gucken neben uns ob da nicht vielleicht ein tempel ist oder sogar mit dann sammeln wir da auch holz und so ja also unser erstes form wird erstmal sein eine sichere bleibe zu bauen und dann möglichst bevor es nacht wird ne wäre es natürlich richtig geil wenn wir den tempel finden würden weil wir uns dann da einrichten könnten carsten wo bist du da oben ok ich bin hinter dir ähm das sieht schon mal schlecht aus hier na der ist auch nicht so groß oder keine ahnung also lass uns einfach hier die weide nehmen ja aber fangt schon mal einfach da was zu bauen falls wir jetzt hier nix finden ähm wir müssen uns ja im ockraben nö ich seh hier auch nix so 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 ein ozellot oh bomfähig ist da was ne da ist nix aber der dschungel ist doch schon ziemlich groß also da haben wir ja ich bin nur karls das hat sowieso ähm alter äh wo bist du carsten ich bin im dschungel geil scheiße so und wo sollen wir jetzt unser Haus errichten? auf dem berg oder? äh ja ja wo seid ihr überhaupt? ähm ich komm jetzt hier aus dem dschungel raus gleich ich fange es ja um runter zu fliegen und dann ich hab'm Apfel nice ja ich sammle hier grad noch zu gar nichts äh hier ist hier ist äh Kohle an der Oberfläche da könnte ich gleich wenn wir mal direkt n Spitzsacke machen haben wir direkt Kohle für Fackeln und so ja ich seh's grad hier wir sollten mal ein bisschen Dreck machen ne? ja hier ist auch ne Höhle und alles lass dir doch unser Haus drauf bauen äh da ist ein Tempel echt? ja hammergeil das ging schnell und der ist direkt am Wald des Rand eigentlich voll chillig ok dann pass mal auf also wenn die Fallen deaktiviert kommt da trotzdem noch ein Fall aus dem Dispenser raus ne? Leute ist echt alter ach du scheiße äh kann halt jemand anderes von euch machen ich kenn mich mit den Dinger nicht so aus ja ich mach das ich mach das ich baue dann einfach drumherum so ein bisschen Holz ab oder so ok welchen können wir machen seit ihr? äh plus 177 plus 164 guck mir dass keiner hinter mir steht ja weil sonst kann ich für nichts garantieren und so aber da haben wir auch direkt Pfeile das ist richtig cool ah da sind jetzt bestimmt Monster drin nein aber einer sollte vielleicht doch mit mir kommen und hier oben mal bleiben falls die Monster Sinn ich mach schon mal ein Crap in Table behaltet ihr mal dieses äh Rohholz sag ich jetzt mal ouch nein nein nichts getroffen hier oben sind keine Fallen oder? ja äh verarbeitest du dann dein Holz? ja ich verarbeite mein Holz hab ich schon behalten hier sind äh sieben Eisen, zwei Gold und vier Knochen drin in der einen Truhe die andere mach ich jetzt gleich da wohl wieder da ein verdrecktem Tempel steht kannst du mir mal äh ein paar Spitzhacken geben oder irgendwie sowas? das ist ja ich brauch nur ihr könnt doch ne Eisenspitzhacken machen auch ja fangen wir erstmal mit Holz an also das bräuchte man wirklich erstmal ne aber wir brauchen eine Spitzhack um die eine Kiste zum Beispiel ich hab jetzt keinen Bock das Rest hier zu lösen ja ich mach schon mal Türen kann man mit äh einer Holzspitzhacken Kohle abbauen? ja ja hätte ich jetzt aber auch nicht gewusst wenn ich ehrlich bin ich ne na hier ist ne Scheiße drin ach das sieht doof aus die Türen müssen nach draußen also hat sich quasi nicht gelohnt hier also außer mit Leib und so haben wir jetzt schon zwei Kisten wieso wir haben doch schon Eisen und Gold ja das stimmt wohl ja passt wohl auf vom Rand von der äh vom Tempel ne habt ihr schon Kohle? ne holt ihr gerade vom Rand? oben drauf oder was? vom Rand äh wir haben jetzt auch ja nicht nur unten auch ach so draußen äh äh ohja das ist auch direkt Seite für Bögen das ist auch cool ja und Teile haben wir auch schon bestimmt Redstone sowieso schon wofür auch immer ähm fehlt irgendwie eine Treppe ähm Tobias? ja hast du ein bisschen Kohle? ja ich hab jetzt ähm jede Menge jede Menge also für den Anfang denke ich warte jetzt hab ich 16 aber die ist noch mehr habt ihr Holz? äh wird nach ja 17 Kohle waren das jetzt ich hab Holz kannst du noch sicher geben bitte? aber ich äh braun ums Stein ab erstmal was soll ich dir geben? Holz ganz rohr Holz? oder Sticks? egal äh dann geb ich dir Sticks jo komm rein es wird nach ja also ich komm zurück unten ist alles abgesichert äh Fackeln Leute das sind keine Fackeln ja Tobias der hat Kohle mit ja lauf ich würd sagen Kars wir machen das so wie wir das mal bei uns gemacht haben ne? äh gib mir mal die Kohle nicht drunter laufen ich grabe jetzt hier gerade nicht mal in den Schlag laufen oder so das ist dann mach ich uns hier eben ein paar Fackeln hammer geil ja fängt doch gut an ja irgendwie fehlen hier Blöcke das sollte auch sein echt? die fallen sind alle weg kannst einfach durchlaufen wie sieht unser Keller denn aus? dann würd ich sagen machen wir oben oder unten den Lagerraum hin wozu sind die Schalter hier gut? äh die Schalter hat wir da musste man ähm an eine Kiste zu kommen die musste man in der richtigen Reihenfolge irgendwie aktivieren ja oder man gräbt sich da einfach durch ja ich hab aber keine Spitzhack deswegen hab ich das voll gut gelöst ja Eisen gefunden hast du das jetzt hier schon gelöst? ja ich hab da da war nix ich wollte das jetzt aufräumen hier unten können wir direkt so ein Kistenlager machen würd ich mal sagen jaja gut dann mach ich immer ein bisschen äh so dass das hier Tobit fängt direkt an mit Strip Mining ja klar das muss ja schnell gehen jetzt hier redstone haben wir auch schon ich hab jetzt 8 Eisen noch gefunden hier unten wir haben jetzt noch 1 Eisen und 2 Gold aus den Thronen da haben wir noch nichts zu essen ne? äh rotten flesh aber wenn du es essen willst dann ne das schmeckt mir sehr gerne essen dran haben wir jetzt gar nicht gedacht ach ja gut ich hab auch erst 1 Essens äh Dings weg äh ich hab nur noch 3 Quellen scheiße hier ist Kohle äh Tobit ja kann ich mal ein bisschen Stein haben? äh ruhig schau mal äh da äh da blau ah Josh ich kann dir was geben ja den Rest die Dörren weg was geben achso hinter dir liegt der Stein ne? hm ich denke ich die ganze Zeit ich müsste da hinterher laufen oder so so ja so dann fällt man ja nicht so leicht runter und was wollte ich noch machen? achja was wollte ich eigentlich nicht machen aber ist jetzt auch egal also Carsten legt dann ja wahrscheinlich wie immer die Farm an ja ich bau direkt ne Farm ich hab auch schon ein paar Samen will ich jetzt nicht raus ähm einen Ofen brauchen wir noch ja ja mach ich jetzt mach ich grad oder du hast du Stein? boah wo hab ich denn die Helligkeit bitte draufstehen ich verarbeite jetzt mein Holz ne? diese schöne Minecraft Musik im Hintergrund ey oh ja immer passend vor allem fürs Strip man nein so ne Abwechslung aber ich glaub dann direkt hier auch für Elf und macht dann da einen Gang rein ne? wir sollten auf jeden Fall hier hinten nachher Glas rein tun ich hab irgendwie so ein ungrittes Gefühl dass wir ja irgendwann so am Fenster stehen ne? dann kommt da so ein Skelett ja ich warte nur da drauf also in den anderen äh ne vor allem kann man das nicht nennen ne? bei den anderen Malen ist für euch hier immer zuerst gestorben obwohl er am längsten 10 Leben hatte das ist ja so ein tolles Phänomen ja diesmal wirds anders laufen glaubst du? klar nope ne da will ich grad da ein Loch für die Farm bauen kommt mir erstmal Gravel entgegen ha? ja ah geil die natürliche Feind des Meines Gravel ja das klang jetzt AP und laberlich ja super ja ich kann dir grad gar nix machen mir ist über langweilig der komm mit mir runter ja vor allem die komm mal runter und hol dir das Eisen dann kann das brennen ok ich wollte mit Ringen los zu fressen du sollst ihm ein paar Fackeln anbringen ja ach ja mach ich jetzt warte dann hast du hier das Eisen da hier hast du Fackeln achso oh dankeschön hat man eine Kohle? oder Fackeln? äh ich hab Kohle ja ich oh was möchtest du? Fackeln oder Kohle? ja 10 Fackeln das ist alles was ich hab ja dann egal genau ich hab auch noch ein bisschen Kohle hier unten kein Ding kein Ding achso ja ich bin ja immer noch ein Perler hab ich grad voll vergessen nein so dann schmelzen wir zuallererst mal das Eisen so jetzt find ich bestimmt ein Creeper direkt wieder ne geile Mine nachher nicht die Tür einfach aufmachen und da steht so ein blauer schöner Creeper vor blau ja weil Texturepings der blau hallo och ist ja nicht süß also als erstes auf jeden Fall Rüstung oder? ja auf jeden Fall Rüstung und aber auch ich würd sagen Werkzeuge können wir eigentlich auch schon ja nur erstmal Spitzhacke ne Schwerte brauchen wir erstmal noch nicht ich meine ja damit mein ich ja äh hat noch jemand Holz Dix? äh ne ja 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 das ist krass das ist krass das ist krass das ist krass ja ja Vielen Dank.